Yo meine Freunde was geht ab? Meleti ist wieder back für euch am Start meine Freunde. Freunde, heute das Thema ist, ihr sollt herauskriegen wo ABKs verstorbener Vater ist bzw. in welchem Grab er sich befindet. Weil ich gehe davon fest aus, dass wir uns alle entschuldigen müssen gegenüber ABK. Warum? Jeder zweite hat über ABKs Vater ein Video gedreht. Ich meine damit mich auch, aber ich habe ein Video gedreht über sein Vater, weil ich damals mit ihm sehr sehr gut war. Und ich so sehe, dass wenn man Brüder ist, dann sein Bruder unterstützen muss. Ihr wisst alle, Hakeem und die Sache. Auf jeden Fall Freunde, will ich, dass der eine oder andere die Adresse herauskriegt oder ABK selber. Ich werde dann mit einem Video zeigen, wie ich sein Vater das Grab besucht habe. Und weil wir ohne Witz jetzt, wir haben richtige Scheiße begangen und ich sage es euch ehrlich, ABK selber auch. Warum ABK auch? ABK hat, der war derjenige, der seinen Vater ins Spiel gebracht hat in diese YouTube Szene halt. Und deswegen Freunde, oder ABK, schreibt mir unter dieses Video oder schreibt mir privat, wo dein Vater sich befindet, in welchem Grab. Weil ich möchte gerne mal dahin gehen und ja, alle Sünden, sage ich mal, befreien. Also was heißt, befreien mal dahin gehen als Entschuldigung, weil was wir hier auf YouTube abgezogen haben, wir haben einfach hin und her, wie ein Fußball gespielt. So hin und her, hin und her, so ABK ist Vater, ihr wisst Bescheid, so wie ein Fußball, hin und her, als wäre das eigentlich ein Spielzeug. Deswegen Freunde, möchte ich gerne seinen Vater besuchen gehen und ja, wer das zu einer schlechten Idee findet, dann tut es mir leid. Aber ich möchte das gerne machen, deswegen schreibt und ja, würde ich von euch auch sagen, Peace, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.